Wurde die Schia von einem Juden namens Abdullah bin Sabah gegründet oder nicht? Dem einen oder anderen ist es sicherlich aufgefallen, dass es in letzter Zeit vermehrt Vorträge und Predigten von Salafisten gegen die Rechtsschule der Ahlulbayt gab. Und um ehrlich zu sein, ist es überhaupt keine Überraschung für mich, denn diese Leute sitzen da und sehen vor sich, dass ihre Moscheen immer leerer werden, dass die Leute immer mehr zur Rechtsschule der Ahlulbayt kommen. Wieso? Weil die Zeit der Lügen vorbei ist. Es folgt nun die Zeit der Aufklärung. Diese Zeit, wo die Salafisten dastehen und ihre Lügen und ihr Gift verbreiten konnten und die Leute das einfach blind geglaubt haben, ohne zu recherchieren, diese Zeit ist zu einem Großteil vorbei. Diese Leute gehen nach Hause, sie haben das Internet, sie haben die Möglichkeit zu recherchieren. Bücher wie Sahih Bukhari, Sahih Muslim, alle sunnitischen, alle schiitischen Bücher sind frei verfügbar. Jeder kann recherchieren und prüfen, ob das, was diese Salafisten sagen, korrekt, richtig ist oder nicht. Und immer mehr Leute erfahren und kommen zu dem Entschluss, dass diese Lügen sind, welche von Salafisten verbreitet werden, um andere Rechtsschulen schlecht zu machen. Und das ist genauso wie, wenn jemand kurz vor dem Untergang ist, dann gibt er nochmal alles, er gibt nochmal Gas, um sich irgendwie am Leben zu halten, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Genauso erleben wir, Inschallah, so Gott will, nun den Untergang der salafistischen Szene und dementsprechend geben sie umso mehr Gas und umso mehr Vorträge und Angriffe gegen andere Rechtsschulen, um sich noch irgendwie über Wasser zu halten. Aber die Leute mit der Erlaubnis Gottes und mit dem Segen Gottes, die Menschen erfahren immer mehr die Wahrheit und kommen zur Rechtsschule der Ahlul Bayt, a.s.w. Und wir bekommen wirklich tagtäglich immer mehr Nachrichten von Geschwistern, sei es Leute, die neu zum Islam kommen und direkt die Wilayah von Ali ibn Abi Talib mitbezeugen, weil sie gesagt haben, der sunnitische Islam ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn und dementsprechend folge ich den Lehren der Ahlul Bayt, a.s.w. oder aber, dass die Leute von der sunnitischen Rechtsschule zur schiitischen Rechtsschule wechseln. Und wie wir gesehen haben, das ist überhaupt kein Problem. Nach dem Direktor der Al-Azhar-Universität, der sagte, diese Leute wechseln von der vierten Rechtsschule zur fünften Rechtsschule. Eine akzeptierte, anerkannte Rechtsschule unterhalb und innerhalb der Muslime. Und dementsprechend sollen wir nicht auf die Lügen der Salafisten reinfallen, dass Schiiten Abtrünnige sind. Aber eines der hartnäckigsten Vorurteile und Behauptungen über die Rechtsschule der Ahlul Bayt, a.s.w., ist, dass sie von einem Juden namens Abdullah ibn Sabah gegründet worden sei. Er soll der Erste gewesen sein, der beispielsweise behauptete, dass Ali ibn Abi Talib der rechtmäßige Imam nach Rasulullah s.a.w. ist. Er soll der Erste sein, der angefangen hat, die Sahaba des Propheten zurückzuweisen, Takfir über sie zu machen, sie zu beschimpfen. Er soll beispielsweise derjenige sein, der die Probleme und die Fitna gestiftet hat zwischen Ali a.s.w. und Aisha. Er soll derjenige sein, der im Rang von Ali ibn Abi Talib übertrieben hat und so weiter und so fort. Aber bevor wir weitermachen, hören wir uns mal die Argumente und die Aussagen der Gelehrten dieser Minderheit an. Er soll der Erste sein, der Erste an. Er soll der Erste sein, der Erste sein, der Erste, der Erste und Erste. Hier sagen also die Gelehrten dieser gefährlichen Sekte, des Wahhabismus, des Salafismus, dass Abdullah bin Sabah der eigentliche Begründer der schiitischen Rechtsschule sei. Und das ist übrigens etwas, was wir immer wieder feststellen können. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, wenn es irgendwie etwas gibt, was man lösen muss, erfindet man oder holt man von irgendwo einen Juden her und macht ihn zum Schuldigen. Genauso wie es beispielsweise damals die Nazis gemacht haben, dass sie die Juden für alle Probleme des Landes verantwortlich gemacht haben. Genauso die Salafisten kommen und machen immer irgendeinen Juden verantwortlich für irgendwelche Probleme, die es da gegeben hat. Ist es aber so, ist das korrekt, wurde die schiitische Rechtsschule von einem Juden namens Abdullah bin Sabah gegründet oder nicht? Wir sagen ganz klar und deutlich nein. Zunächst einmal, wer war Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah ist ein Jude, der aus dem Jemen gekommen ist und zum Islam konvertiert ist und zu den Anhängern von Ali ibn Abi Talib a.s. gezählt hat. Aber er hat angefangen, im Rang von Ali ibn Abi Talib zu übertreiben, sodass er letztendlich seine Grenzen überschritten hat. Und über Abdullah bin Sabah gibt es letztendlich zwei Meinungen der Gelehrten der Muslime. Die erste Meinung besagt, dass ein Großteil der Gelehrten zu dem Schluss gekommen ist, dass Abdullah bin Sabah überhaupt nicht existiert hat. Es gibt ihn nicht. Es ist eine pure Erfindung, um die Schiiten zu diffamieren. Sayyid Murtawa al-Askari r.a. hat dazu sogar ein Buch geschrieben über die Usturat Abdullah bin Sabah, also die Erfindung, der Mythos Abdullah bin Sabah und hat dort aufgezeigt, dass er eine Erfindung ist. Dieser Sayyid Murtawa al-Askari hat sich die Frage gestellt und gesagt, okay, dieser Abdullah bin Sabah, ich möchte mal forschen und herausfinden, was es mit dieser Persönlichkeit auf sich hat. Und er hat alle Berichte zusammengetragen. Er hat alle Berichte analysiert über Abdullah bin Sabah, dass er ein Jude war, aus dem Jemen kam, der erste war, der dies und jenes über Ali ibn Abi Talib behauptete, dass er die Probleme gestiftet hat, Imran Ali es übertrieben hat. Er hat alle Berichte gesammelt und eine Sache festgestellt, dass alle Berichte über Abdullah bin Sabah von einer einzigen Person stammen. Der Ursprung, von dem diese ganzen Berichte stammen, ist Sayyf ibn Umar al-Tamimi. Sayyf ibn Umar al-Tamimi ist eine Persönlichkeit, abgesehen jetzt von den schiitischen Gelehrten, ist eine Persönlichkeit, die von der Allgemeinheit der Muslime als unzuverlässig, als Lügner und sogar als Sindik bezeichnet wurde. Das heißt, all diese Berichte, all diese Details über Abdullah bin Sabah, dass er ein Jude war und dann konvertierte und zu den Anhängern Alis zählte und der erste war, der dies über Ali gesagt hat und so weiter und so fort, all diese Sachen kehrt zurück auf Sayyf ibn Umar al-Tamimi. Über den Imam al-Zahabi sagt, man ist sich einig darüber, nichts von ihm zu nehmen. Komplett unzuverlässige Person. Man soll nichts von ihm nehmen. Yahya ibn Ma'in sagt, er ist ein schwacher Überlieferer, ein Phyllis, also ein Penny, ist besser als er. Abu Dawud, und das sind alles sunnitische Gelehrte, die ich hier zitiere, Abu Dawud sagt, er ist nichts, also ein Lügner. An-Nasai sagt, ein schwacher, unzuverlässiger, nicht vertrauenswürdiger Überlieferer und viele, viele weitere Gelehrte unterstreichen diese Meinungen und sagen sogar, dass er zu denjenigen gehört, die Überlieferung erfunden haben. Deswegen ist beispielsweise Sayyid Murtadar al-Askari zu der Erkenntnis gekommen und hat gesagt, es besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass dieser Sayyf ibn Umar diese Person Abdullah ibn Sabah komplett erfunden hat. Diese Person hat es nie gegeben. Wieso? Weil dieser Sayyf ibn Umar ist genauso jemand, der ganze Schlachten, der ganze Kriege erfunden hat, die von keinem anderen berichtet werden, außer von ihm. Eine ganze Schlacht, ein ganzer Krieg wird nur von Sayyf ibn Umar berichtet. Er ist der Einzige, der darüber redet und kein anderer. Das heißt, wir sehen eine extrem unzuverlässige Person, die als Lügner bezeichnet wird, die als Sindik bezeichnet wird und das nicht nur von den Schiiten, sondern auch von den großen Gelehrten der Ahl-Sunnah. Die erste Meinung besagt also, dass er überhaupt nicht existiert hat. Er ist ein Mythos und sollten wir natürlich diese Meinung annehmen, dann bricht natürlich damit genauso alles zusammen, was über ihn berichtet wird. Aber wir wollen es uns nicht zu leicht machen natürlich. Nehmen wir mal an, er existiert. Sagen wir mal, Abdullah ibn Sabah ist eine Persönlichkeit, eine historische Persönlichkeit, die existiert hat. Dann stellen wir uns die Frage, welches Gewicht hat diese Person innerhalb der Rechtsschule der Ahl-ul-Bayt, a.s. Was haben die Ahl-ul-Bayt über ihn gesagt? Was haben die großen Gelehrten dieser Rechtsschule über ihn gesagt? Hat er ein Gewicht? Wenn er der Begründer der Rechtsschule ist, dann muss doch irgendwas über ihn erwähnt sein. Schauen wir uns also an, was die Ahl-ul-Bayt, a.s. über ihn gesagt haben. Einer dieser Werke, worin wir etwas finden, ist Rijal al-Kishi, Seite 85, worin es heißt, in einer authentischen Überlieferung wird über Abi Hamza al-Famali berichtet, dass er sagte, Ali ibn Hussein a.s. sagte, Gottes Fluch sei auf denjenigen, der über uns Lügen verbreitet. Ich erwähnte Abdullah ibn Sabah und jedes Haar auf meinem Körper richtete sich auf. Er behauptete da wahrlich etwas Gewaltiges. Was ist mit ihm? Gott verfluche ihn. Wahrlich, Ali war bei Allah ein wahrhaftiger Diener Allahs, ein Bruder des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa'ala. Er hat seinen Rang nicht erhalten, außer durch seine Gehorsamkeit zu Allah und zu seinem Gesandten. Und auch der Gesandte hat seinen Rang nicht erhalten, außer durch den Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sehen also die Imame der Ahl-ul-Bayt, Imam Zaynul-Abedin a.s. Wenn er Abdullah ibn Sabah erwähnt, dann sendet er den Fluch Gottes auf ihn und sagt wahrlich, er war ein Übertreiber. Er war jemand, der seine Grenzen überschritten hat und über Ali a.s. gesagt hat, was es nicht geziemt, dass man über ihn sagt, nämlich, dass er zum Rang der Göttlichkeit emporgehoben wurde. Und Ali ibn Abi Talib ist niemand anderes als ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, ein Schüler des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa'ala. Das war das, was die Ahl-ul-Bayt gesagt haben. Was sagen aber große schiitische Gelehrte über Abdullah ibn Sabah, wie beispielsweise El-Sheikh At-Dusi. In seinem Werk Rejal At-Dusi auf Seite 75 lesen wir, Abdullah ibn Sabah, welcher dem Unglauben zuzuschreiben ist und die Übertreibung hervorbrachte. Wir sehen also, dass diese Persönlichkeit keinerlei Wert beizumessen ist. Ansonsten bringe ich hier eine Herausforderung und das ist eine Herausforderung an alle Menschen, die dieses Video sehen. Bringt uns eine einzige Überlieferung über Abdullah ibn Sabah in den Werken, in den wichtigsten Werken der Rechtsschule der Ahl-ul-Bayt, alayhi wa sallam. Wir als Anhänger der Rechtsschule der Ahl-ul-Bayt haben bestimmte Bücher wie Al-Kafi, wie Tahdhib al-Ahkam, wie Al-Istibsar und wie man la-yahwaru al-Faqih. Das sind die vier wichtigsten Bücher in der Rechtsschule der Ahl-ul-Bayt, al-amsalam. Bringt mir eine einzige Überlieferung in diesen vier Büchern der Rechtsschule der Ahl-ul-Bayt, al-amsalam. Wenn er der Begründer dieser Rechtsschule ist, wieso gibt es nicht eine einzige Überlieferung, die beispielsweise besagt, Von Abdullah ibn Sabah wird berichtet, dass er sagte, beispielsweise, irgendeine Aussage, irgendeine Überlieferung, wir finden nichts über ihn. Im Gegenteil, wir finden Überlieferungen, worin er verflucht wird. Wir finden Aussagen der Gelehrten der Rechtsschule der Ahl-ul-Bayt, dass er dem Kufr zuzuschreiben ist, dem Unglauben zuzuschreiben ist und dass er zu den Übertreibern gehörte, weil er über Ali ibn Abi Talib sagte, was es sich nicht geziemt, über ihn zu sagen, nämlich, dass er Allah ist, Ali ist niemand sonst, außer ein Diener Allahs und ein Schüler des Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb, wie soll er der Begründer der schiitischen Rechtsschule sein, wenn es nicht eine einzige Aussage von ihm gibt, worauf sich die Schiiten beruhen? Das ist so, als würden wir kommen und sagen, die Wahhabiten verfluchen Muhammad ibn Abdul Wahhab, weil Muhammad ibn Abdul Wahhab ist ja der Begründer dieser Sekte und das ist so, als würden wir behaupten, sie verfluchen Muhammad ibn Abdul Wahhab, aber im Gegenteil, wir sehen, sie lieben ihn, sie respektieren ihn, sie überliefern Aussagen von ihm, sie studieren seine Bücher, genauso ibn Taymiyyah, genauso ibn Qayyim al-Jawziyyah, das heißt, sie fühlen sich ihm zu, zu geneigt. Dementsprechend können wir also sagen, Abdullah ibn Sabah hat nichts mit der schiitischen Rechtsschule zu tun. Ja, es gibt ein halbwegs ernstzunehmendes Argument der Salafisten diesbezüglich, nämlich im Werk von An-Nubachti und das schauen wir uns jetzt auch gemeinsam mal an. Und das ist so, das ist so, Ja, und er ist er. Und er hat gesagt, er ist an der Yehudität in Yushu'i ibn Nunn. Er hat gesagt, dass er die Rede von Imam Ali verabschiedet hat und er hat die Verabschiedung von Adaya und Kachefa-Mukhalifi. Die verschiedenen Gruppierungen und Splitterparteien, die von der Schia ausgehen. Genauso wie es beispielsweise unter den Sunniten verschiedene Parteien gibt, wie die Sophia beispielsweise und viele andere Gruppierungen im Sunnitentum. Genauso gibt es auch im Schiitentum verschiedene Gruppierungen. Dort erwähnt er also die wahrhaftige, korrekte schiitische Gruppierung und er erwähnt die ganzen Splitterparteien und Gruppierungen, die irre gegangen sind. Schauen wir uns aber an, was er in diesem Buch über die wahrhaftige Schia schreibt, zu der er sich selber zugehörig fühlt. Nämlich in seinem Werk Furaq al-Shi'a von An-Nubachti auf Seite 51 schreibt er Die Schia al-Alawiyya Die erste Gruppierung ist die Schia, die Gruppierung von Ali ibn Abi Talib. Diese wurden als die Schia von Ali zur Zeit des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bezeichnet. Und nach ihm, weil sie sich ihm zuschreiben und sein Imamat anerkennen. Und von ihnen sind Al-Migdad ibn al-Aswad und Salman al-Farisi und Abu Dhar al-Ghifari und Ammar ibn Yasir. Und sie sind die ersten, welche als Schiiten betrachtet wurden in dieser Ummah. Und ich sage hier mit voller Überzeugung, ich möchte nach Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam den Imam nehmen, den Salman genommen hat, den Abu Dhar als Imam genommen hat, den Al-Migdad als Imam genommen hat. Wen haben sie genommen als Imam nach Rasulullah? Ali ibn Abi Talib a.sallam. Das heißt, Al-Nubachti in seinem Werk Firak al-Shi'a zählt die verschiedenen Gruppierungen auf, in die sich die Schiiten unterteilt haben. Er erwähnt die wahrhaftige Schi'a und beschreibt sie. Und er erwähnt aber auch die anderen abgeirrten Gruppierungen. Und davon ist die Saba'iyya, das heißt diejenigen, die Abdullah ibn Sabah befolgen, als er angefangen hat zu übertreiben im Rang von Ali ibn Abi Talib a.sallam. Und dort hat er diese Gruppierung beschrieben. Aber wir wollen heute noch weiter gehen. Wir wollen schauen, was die Oberhäupter der salafistischen Sekte über die Schi'a gesagt haben. Haben sie gesagt, dass sie in ihren Lehren zur Ahlulbayt zurückkehren? Oder haben sie gesagt, dass sie in ihren Lehren zu Abdullah ibn Sabah zurückkehren? Und wir werden hier niemand anderes zitieren, als womöglich der größte Schi'a-Hasser, den es jemals gegeben hat, nämlich ibn Taymiyyah. Kaum eine andere Persönlichkeit verabscheut die Schiiten so sehr wie ibn Taymiyyah. Aber manchmal bringt Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit auf der Zunge seiner Feinde. Und zwar in seinem Werk Ar-Rad al-Subki, Band 2, Seite 697 bis 698. Dort schreibt ibn Taymiyyah. Die Rafida stellen sie, also die Imame, als unfehlbar dar, wie der Prophet salallahu alaihi wa alaih und das alles, was sie sagten, vom Propheten stammte. Sie machen den Konsens ihrer Gruppierung zu einem unfehlbaren Beweis. Und auf diesen drei Säulen bauten sie die Prinzipien ihrer Religion auf. Jedoch ist das meiste, was sie von der Gesetzgebung berichten, in Übereinstimmung mit dem, was die Allgemeinheit der Muslime sagt. Davon gibt es über einige Sachen Konsens und über andere Unterschiede zwischen der Ahle Sunnah. Jedoch ist das meiste, was sie von diesen Imamen überliefern, nicht erlogen. Das meiste ist gar richtig. Doch davon gibt es auch Lügen, Falschheiten, absichtlich ohne Zweifel. Und ihre Worte sind wie die Worte der Gleichberechtigten von den Imamen der Muslime. Das sind die Worte von einem der Oberhäupter der salafistischen Sekte, nämlich ibn Taymiyyah. Dass auch er sagt, dass die Schia, ja, er sagt zwar, sie haben Falschheiten und Lügen und Rafida und so weiter, aber sie kehren in ihren Worten zu den Worten der Imame der Ahlulbayt alayhi wa sallam zurück. Wer bezeugt dies noch? Sein Schüler, ibn Qayyim al-Jawziyyah, ebenfalls ein großer Gegner und Widersacher der Rechtsschule der Ahlulbayt alayhi wa sallam. In seinem Werk As-Sawa'iq al-Mursala, Band 2, Seite 660, schreibt er, die Gelehrten der Imame, also die Schia, von ihren ersten bis zu ihrem letzten berichten über die Ahlulbayt alayhi wa sallam. Und dann führt er die verschiedenen Aspekte der Scheidung auf, also er hat dort verschiedene Meinungen aufgeführt, aber auch er bezeugt, dass die Schia in ihrem Glauben zu Ahlulbayt alayhi wa sallam zurückkehren. Wer sagt dies noch? Al-Albani. In seinem Werk, Fatawa al-Sheikh al-Albani, Band 1, Seite 97, schreibt er, Bei uns genügt der Koran und die Sunnah und bei ihnen der Koran und die Ahlulbayt alayhi wa sallam. Und was für eine schöne Bezeugung von einem Widersacher der Rechtsschule der Ahlulbayt, dass er sagt, die Schia kehrt zurück zum Koran und zu Ahlulbayt alayhi wa sallam. Sie selber bezeugen, dass wir zum Koran und zu Ahlulbayt zurückkehren. Und was sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam? In Sahih Muslim steht drin, dass der Prophet sagte, Koran und Ahlulbayt alayhi wa sallam. Was ist aber mit der Sunnah? Ist die Sunnah etwas Unwichtiges? Der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, wusste aber ganz genau, wenn er sagt, Koran und Sunnah, die Menschen werden sich uneinig sein über die Sunnah. Der eine wird sagen, die Sunnah ist so, der andere wird sagen, die Sunnah ist so. Deswegen sagte der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Koran und Ahlulbayt, weil die Ahlulbayt der direkte und beste Weg zur Sunnah ist. Die Ahlulbayt sagen uns, was die Sunnah des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, darstellt. Und der beste Beweis dafür ist, über zehn Jahre haben die Muslime zugesehen, wie der Prophet gebetet hat. Bis heute ist man sich uneinig. Hat der Prophet jetzt so gebetet? Hat der Prophet seine Hände auf dem Bauchnabel gehalten? Hat er seine Hände gehalten? Oder hat er die Arme so überschlagen? Hat er gekreuzigt? Wie hat der Prophet gebetet? Hat er so gebetet wie Mbappé letztendlich? Wie hat der Prophet seine Hände gehalten? Zehn Jahre haben die Muslime zugesehen, wie der Prophet betet. Und bis heute kann man nicht sagen, wie der Prophet seine Hände gehalten hat. Aber die Ahlulbayt, sallallahu alayhi wa sallam, sagen ganz klar, der Prophet hat gebetet und seine Hände waren runterhängend. Er hat sie nicht gekreuzigt. Er hat sie nicht gekreuzt. Deshalb sehen wir also, die Sache ist nicht, dass die Schiiten, die Sunnah leugnen. Die Anhänger der Rechtsschule der Ahlulbayt sagen, die Ahlulbayt sind der beste Weg zur Sunnah des Gesandten Gottes, sallallahu alayhi wa sallam. Der Prophet hat gesagt, wir sollen zur Ahlulbayt zurückkehren, weil sie uns die Sunnah am besten erklären können und nicht die Sahaba, die sich eher gestritten haben um die Macht des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Deshalb ist es also in diesem Fall ganz eindeutig und klar, dass die Schiiten, dass die Schi'a, die heutige Schi'a, die heutige Ithna'a-Sharia, absolut nichts mit dem Juden Abdullah bin Saba' zu tun hat. Aber eine Sache möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Es gibt ein schönes Sprichwort, das besagt, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ihr kommt zu uns und sagt, unsere Rechtsschule wurde von einem Juden gegründet. Er war der Erste, der gesagt hat, dass Ali der Imam nach Rasulullah sein sollte. Er war der Erste, der die Sahaba beschimpft und beleidigt hat und so weiter und so fort. Obwohl es nicht einen Beweis für seine Existenz gibt. Und wenn es ihn geben würde, so hat er keinerlei Gewicht in der Rechtsschule der Ahl-Bait, weil wir keinerlei Aussagen und Berichte über ihn haben. Was ist aber mit Ka'ab al-Ahbar, o ihr Ahl-Sunna? Ka'ab al-Ahbar ist ein Jude, ein Rabbiner, der nachweislich großen Einfluss auf die Rechtsschule der Ahl-Sunna genommen hat. Es gibt kein Koran-Tafsir von der Ahl-Sunna, weder Tabari, noch Ibn Kathir, noch Al-Qurtubi. In keinem Tafsirwerk der Ahl-Sunna fehlt Ka'ab al-Ahbar. Überall steht drin, waqala Ka'ab al-Ahbar, rahimahullah. Der zweite Khalif, Omar ibn al-Khattab, hat Ka'ab al-Ahbar genommen, ihn auf eine Kanzel gesetzt und er hat den Muslimen gepredigt. Er hat jüdische Glaubensinhalte in den Islam eingebracht. Ansonsten diese Glaubensüberzeugung, dass die Menschheit durch die Kinder von Adam und Eva entstanden sind, dass die Kinder untereinander geheiratet haben und dass der Ursprung der Menschheit Sinna ist. Was glaubt ihr, woher diese Überzeugung kommt von der Ahl-Sunna wal-Jamaah? Diese kommt von Ka'ab al-Ahbar. Er als jüdischer Rabbiner hat diese Glaubenslehre in den Islam, in die Rechtsschule der Ahl-Sunna reingebracht. Deshalb seid lieber leise und erwähnt dieses Thema nicht. Wenn wir das Ganze also zusammenfassen wollen, können wir sagen, Abdullah ibn Sabah, sollte er überhaupt existiert haben, und dafür gibt es nicht mal starke Beweise, aber sollte er existiert haben, dann senden wir den Fluch Gottes auf ihn bis zum Tage der Auferstehung, denn er hat übertrieben im Range von Ali ibn Abi Talib, er hat ihm die Göttlichkeit zugesprochen, und wir betonen, dass Ali ibn Abi Talib niemand ist als ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, als ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala, als ein Schüler des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, und jeder, der etwas anderes behauptet, möge der Fluch Gottes auf ihn sein bis zum Tage der Auferstehung, weil diese Personen stiften Fitna in den Muslimen, diese Personen hetzen gegen Muslime und führen dazu, dass ein Großteil der Jugendlichen diese Worte glaubt, und letztendlich Muslime als Kuffar, als Ungläubige bezeichnen, obwohl diese keinerlei Funken von einem Unglauben haben, deshalb können wir an dieser Stelle wirklich sagen, egal was ihr von einem Salafisten hört, nehmt es erstmal als Lüge wahr, bis ihr den Beweis habt, dass diese Aussage korrekt ist. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa barakatuh.